Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, und zwar zum Hausflipper mit den Luxury DLC. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir die Yacht fertig gebaut. Vielen Dank für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare. Und es geht auch hier wieder weiter mit einer weiteren Folge zum Hausflipper, zu dem neuen DLC. Und zwar ein neues Kapitel. Moonrise Bay heißt Hiroshi und Yuna mit offenen Armen willkommen. Diese jungen Computertechniker-Pärchen, die beide in der Stadt arbeiten, suchen nach einem eigenen Zuhause. Ein paar Freunde in der Gegend haben sich entschieden, dem Paar ihre unprofitable Druckerei zu verkaufen. Jetzt benötigen sie beiden Neulinge noch etwas Unterstützung, damit sie einziehen können. Wir starten das Ganze nochmal neu, weil ich habe es schon mal in der letzten Folge gesagt. So sieht das Ganze jetzt quasi aus und wir bauen daraus ein richtig schönes Loft, würde ich sagen. Ich habe es nämlich schon mal im Stream gespielt, deswegen machen wir das hier auch nochmal komplett von neu. So, werden wir uns das mal angucken hier. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr altbacken aus, das Ganze. Und ja, das werden wir jetzt neu renovieren und dem Pärchen quasi einrichten. I've heard you're just starting in Moonrise Bay, but it shouldn't be a problem, so are we. As one expected, with a new chapter in our life comes a new apartment, which is in the crying need for a furniture update. We'd like to have a simple, cozy loft here. That's why we didn't even look for anything bigger. Quality over quantity, they say. Although it would be nice to have a second bathroom upstairs. We also have one special request. I'll tell you more about it when you're done with the cleaning. So, ein neues Kapitel. Das heißt, wir müssen erstmal aufräumen, ne? Ach, so. Gucken wir aus. Ach, guck mal. Ist ja toll. Der Fahrstuhlsimulator. Klasse. So, ich würde sagen, wir gehen mal rein hier und müssen jetzt erstmal ein bisschen aufräumen, ne? Wir müssen die Treppe ändern, wir müssen Fenster ersetzen, wir müssen den Raum, den Müll aufräumen. Also, das Übliche, was ihr halt auch schon kennt, ne? Hier haben wir so ein paar Poster, können uns das Ganze jetzt erstmal angucken hier. Wir haben einen oberen Bereich, einen offenen Bereich, ne? Sieht aus wie so ein kleines Loft, ne? Wird ja häufig, heutzutage auch schon genutzt, ähm, um, ja, moderne Wohnungen zu machen. Das ist eine alte Druckerei, man sieht so ein bisschen. Und jetzt werden wir den ganzen Spaß erstmal wieder aufräumen hier. Die Zettelwirtschaft entsorgen und werden erstmal wieder ein bisschen aufräumen. Ein paar Sachen müssen wir verkaufen, ein paar Sachen müssen ersetzt werden. Ähm, dann natürlich wieder einmal feucht durchwischen hier. Man kennt es, ne? Alte Radreifen, alte Fahrräder, dies, das und jenes. Und, äh, jede Menge Müll, den wir wieder entsorgen müssen, ne? Ein bisschen Stift, da war noch ein bisschen was. So eine alte Fahrradkette, ne? Und jede Menge Steuerunterlagen, ne? Das ist natürlich auch immer wichtig, dass die alle weg müssen. So, ein bisschen Müll aufräumen hier. Und, äh, wir müssen auch natürlich einen einfachen Tisch und sowas dazu holen. Auch Sachen verkaufen, ne? Fenster ersetzen, die müssen komplett renoviert werden. Aber erstmal würde ich sagen, räumen wir hier den kompletten Spaß einmal auf. Ich glaube, die Sachen können wir alle entfernen, ne? Das muss weg. Das muss weg. Der alte Rechner muss weg. Erstmal alles hier raus, was keine Miete zahlt, ne? Wie ich immer so schön sage. Ne, die ganzen Steuerunterlagen müssen weg. Der Schreibtisch muss weg. Alles muss weg. So, die Steckdose bleibt. Die Poster kommen weg. Einmal alles komplett entsorgen. Die alten Zertifikate. Die Türen kommen raus. Und, äh, das Bad. Das bleibt hier soweit. Ist auch sehr schick eingerichtet hier. Ne, die Farbe alleine, ne? Och. Flair von den 70ern. So, der ganze Spaß muss natürlich auch weg. Die Unterlagen. Gott. Wie viele Aktenordner man hier hat, ne? Aber es wird alles nicht mehr benötigt. Erstmal alles hier soweit fertig machen. Hier haben wir auch noch ein paar Akten. Die müssen natürlich auch alle weg. Schränke müssen weg. Töpfe mit Farben. Und so weiter und so fort. Sehr schön. Die Poster müssen weg. Wobei die eigentlich recht schön sind. Aber, naja. Alle Türen raus hier. Muss alles erneuert werden. Ja, das Spiel ist auf jeden Fall schon seit längerem draußen. Macht auf jeden Fall noch Spaß. Und bringt auch immer mit den neuen DLCs, ja, ein bisschen Storylines mit rein, ne? Wie man es auch schon von anderen Spielen kennt. Zum Beispiel beim Gucken-Simulator, beim Shelter-DLC. Und, äh, das machen wir später. Das ändern. Wir müssen nämlich erstmal alles hier entsorgen. Jetzt mit den Deckenlampen, die bleiben, ne? Ach, guck mal, eine alte Küche hier. Kühlschrank muss weg. Noch alte Sushi-Reste. Ne, eine Küche. Da haben die wohl auch noch gesonderte Anforderungen. Werden wir später nochmal einmal feucht durchwischen hier. Anbauwand. Alles raus. Der alte Mülleimer. So, kommt die Lampe hier auch weg? Ne, die bleibt. Ach, guck mal, hier haben wir auch noch jede Menge Steuerunterlagen, ne? Aber es macht immer noch Spaß, ne? Es ist auf jeden Fall ein Spiel, was Spaß macht. Ist ab und zu aber auch mal im Sale. Und es gibt ja mittlerweile auch einen Steam-Workshop dafür. Das heißt, da kommen auch immer viele tolle Sachen noch mit rein. Ich glaube, jetzt haben wir jetzt hier den Müll soweit an. Hier, guck mal, da ist nicht noch was. Beseitigt, ne? Ah, hier ist auch noch was. Und, joa. Den Rest einmal feucht durchwischen. Einmal alles säubern. Auch oben hier, ne? Wenn das alles so einfach geben würde in einer realen Wohnung, würde ich nur noch putzen, ne? So, das ja auch nochmal sauber machen. Hier die Toilette. Da oben haben wir auch noch ein bisschen dreckig und speckig. Da oben in den Ecken. Sehr gut. Die Farbe muss natürlich auch vom Boden weggekratzt werden. Wir werden auch neuen Bogen, glaube ich, einlegen müssen. Da liegen ja noch ein paar Sachen rum. Sehr schön. Ja, da oben kommen wir nicht ran. Da müssen wir noch ein bisschen höher gehen, wahrscheinlich. So, hier liegt auch noch was rum auf dem Boden. Sehr gut. Der untere Bereich sieht schon mal sehr geil aus, würde ich sagen. Und ansonsten müssen wir mal gucken, dass wir da oben irgendwie drankommen, ne? Wie kommen wir denn da hin? Ah, warte. Da habe ich auch noch was gesehen hier. Dann müssen wir auch nochmal hier einmal durch. Und ansonsten ist hier, glaube ich, alles soweit sauber. Ah, ne? Da oben kommen wir auch nochmal ran. Das ist das hier. Dann gehen wir nochmal hoch. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht von der Treppe hier den Schmoller da wegbekommen. Ah, einfach mal hochspringen. Musik ist natürlich auch sehr stylisch. Passt natürlich zu dieser alten Druckerei. So, können wir jetzt hier auf die... Ja, können wir. Sehr gut. Da hinten scheint auch noch was dreckig zu sein. Kommen wir hier rüber. Jo. Auch sauber, ne? Die Fenster müssen wir gleich auch noch ersetzen. Jetzt müssen wir hier, glaube ich, auch noch einmal durch. Jo. Da ist auch noch ein bisschen Dreck. Gereinigt haben wir das alles. Hier war nichts mehr. Wir kontrollieren das nochmal. Sehr schön. Gut. Dann müssen wir die Fenster ersetzen. Ah, guck mal. Sieht auf jeden Fall viel, viel toller aus. So. Aua. Kann man gar nicht sogar aufmachen. Das ist ja geil. Guck mal. Schön. Ersetzen wir die Fenster auch nochmal. Ist natürlich sehr simpel und einfach hier. Da oben auch. Hier unten auch nochmal komplett. Und dann haben wir die Fenster auch komplett ersetzt. Sehr schön. Guck mal. Sieht doch schon mal viel, viel einladender aus. Da müssen wir noch die Treppe ein bisschen ersetzen. Ich glaube, die müssen wir verkaufen, glaube ich. Ich weiß gerade, ne? Genau. Das machen wir in so einem... Nee. Geländer so. Die Treppe vielleicht so ein bisschen moderner hier. Guck mal. Schick. Sehr schön. So. Jetzt müssen wir den ganzen Spaß hier noch streichen. Mit weißer Farbe. Aber nur neun... Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Okay. Gegenstände verkaufen. Was soll denn hier noch verkauft werden? Ist hier noch irgendwas, was wir verkaufen können? Nee, ne? Sehe ich zumindest nicht. Oder zählt das noch hier zu... ...der oberen Teil? Modifiziere die Wände. So weit sind wir noch nicht, ne? Da hat aber auch nichts angezeigt. Das haben wir, das haben wir. Okay. Mit weißer Farbe. Okay, kaufen wir mal weiße Farbe. Zack. Ich will mal so ein M. Küchensatz. Wie ist das? Ah, okay. Die Küche kommt hier unten hin. Ich würde die Optik jetzt hier so lassen. Und jetzt einfach nur die eine Wand da beistreichen. So, sehr gut. Das heißt, hier vielleicht streichen. Reinige, Verschmutzung. Ah, wir haben noch was Dreckiges. Warte. Da müssen wir noch mal ein bisschen putzen. Ach, hier. Okay. Das muss auch noch Welle geben. Hä? Wieso müssen wir den Hausflug putzen? Macht ja maximal gar keinen Sinn. Aber okay, gut. Wenn das so gewünscht ist, dann machen wir das natürlich. Sehr schön. Reinige, Verschmutzung. Wo haben wir denn hier noch Verschmutzung, Leute? Ah, da ist schon oben. Hier am Boden. Ach, da unten war es. Ah, ja. Rotationäre Deckenleuchte. Gut. Ah, hier muss die Küche auch unten rein, ne? Ah, guck mal. Sehr gut. Was brauchen wir denn für... Der Boden kann so bleiben, oder was? Also den Boden müssen wir nicht anrühren. Der bleibt so. Gut. Dunkler, schmaler Schrank. Abzugshaube. Herz. Ja. Vom klassischen Stil würde ich das jetzt hier auch so beibehalten. So, die Ecke stellen wir dann mal rein. Vielleicht streichen wir noch ein bisschen weiter hier. Müssen wir mal schauen. Dann brauchen wir noch einen Küchensatz. Ach, guck mal hier. Das ist eine komplette Spüle. Die können wir eigentlich hier dran bauen, ne? Sehr schöne Spüle. Dann. Hängender Küchensatz. So ein kleines Schubladending. Neben dem. Wegen der Spülmaschine ist es, glaube ich, ne? Guck mal. Kann man mittlerweile alles aufmachen, ne? Finde ich auch sehr gut gemacht. Muss ich das nur anschließen? Ne. Das ist schon ready. Sehr gut. Dann brauchen wir noch einen Fitz-Kühlschrank. Ich glaube, der kommt hier so hin. Zack. Dann brauchen wir natürlich noch einen Herd, ne? Was ist der denn? Einen Herd brauchen die gar nicht, oder was? Schmaler Schrank. Schmaler Schrank. Schmaler Schrank. Sehr schön. Dann brauchen wir noch dunkler, breiter Schrank. Anhängeschrank ist das. Okay. Den können wir vielleicht hier so anbringen. Und dann brauchen wir noch einen anderen hängenden Schrank. Den können wir da drüber packen, ne? Sieht doch einladend aus, oder? Aber wir brauchen eigentlich keinen Herd. Ist nicht gewünscht. Gekocht wird hier wohl nicht. Naja, dann ist das so. Eine Abzugshaube. Ach, hier ist das Ding. Gut, da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen umbauen. Warte. Gut. Das machen wir dann so. Ne, das machen wir anders. Den kleinen weg. Den lassen wir da. Den dann hier hin. Und den hier an der Seite. Weil ich will das einfach nochmal erweitern, ne? Küche. Koko. Möbel. Küchen. Aber guck mal, wie viele Sachen es mittlerweile hier gibt, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Schaut euch das mal an hier. Also. Einstellungsmöglichkeiten mehr als genug, ne? Das wäre so das Manko zu Beginn, dass man keine Auswahl hatte. Mittlerweile hat man wirklich zu viel Auswahl. Ich belasse das jetzt erstmal hier so bei. Oder wir machen das ganz anders, indem wir einfach hier hingehen. Und das Teil hier an die Ecke packen. Hier können wir die Ziegel machen. Mal passen das. Warte mal. Das können wir hier hinpacken. Machen wir das hier ein bisschen weiter rüber. Wir packen den hier so hin. Dann da den. Das geht nicht. Was? Na, ist das? Ich weiß nicht. Hat mir vorher besser gefallen. Aber gut. Machen wir es halt so. Ich denke, das passt soweit. Da können wir den auch noch ein bisschen ranstellen hier. Sehr gut. Dann würde ich die Wand vielleicht noch komplett so ein bisschen weg machen. Dass wir hier den Übergang haben. Versteht ihr? Das machen wir auch noch mal fix fertig. Dann sieht das einheitlich aus. So ein bisschen abgetrennt. Hat man die Küche halt komplett gestrichen, ne? Oder zumindest den Küchenbereich, ne? Guck mal. Sieht doch schon mal recht einladend aus. Sehr schön. Aufgaben. Dann brauchen wir noch einen Esstisch. Den können wir... Was brauchen wir denn noch alles hier? Einen Esstisch. Okay. Dann brauchen wir zwei von diesen Stühlen. und eine Bank. Okay. Die Bank kommt, glaube ich, hier hin. Mhm. Was sind wir da denn? Ach, die Holzschiebetür. Okay. Grünes Wandmodul. Müssen wir die andersrum machen? Aber Schiebetüren? Finde ich halt auch anders wild, ne? Schiebetüren für... Na ja. Ich weiß nicht. Ah, müssen wir das Teil rüberpacken? Das passt so nicht. Sollen wir das doch hier ganz an die Wand machen? Warte mal. Den vielleicht darüber. Ah, das sieht besser aus. Genau. Und dann die Tür hier. Ach, den müssen wir ja schließen, ne? Komisch, komisch. Warte mal. So rum. Mhm. Irgendwie interessant, aber gut. Eine Schiebetür zur Wohnung. Weiß ich nicht. Ob das jetzt so eine lustige Sache ist? So, dann brauchen wir noch hier den TV-Schrank. Packen wir den TV hin? Warte mal. Ich kaufe die Sachen erstmal wieder. Wie immer. Und dann platziere ich die dann gleich. Fernseher. Und zwei Stühle. Dann brauchen wir noch Wandmodule. Ein paar Lichter. Die können wir hier so hinpacken, ne? Oder woanders hin. Das waren zwei, ne? Und dann diese Wandmodule. Deckenlofts. Sehr schön. Mhm. Noch so eine andere Lampe hier. Die können wir hier so in die Ecke stellen. Ja, das passt, glaube ich, ganz gut. Und das war's dann auch schon hier für den Raum. Okay. Da haben wir hier noch so ein paar Muster. Die könnte wir ja da so hinbauen, ne? Sehr schön. Die Lampen platziere ich gleich noch mal neu, ne? Weil die könnten wir zum Beispiel hier oben hinpacken. So als kleine Erweiterung. Sehr schön. Tipptopp. Und dann haben wir hier unten noch... Ach, das eine hat er nicht angenommen. Okay, gut. Ist jetzt nicht so schlimm. Das könnten wir hier noch hinnehmen. Und dann haben wir noch hier eins. Und vielleicht noch da eins. Geht doch klar, oder? Sieht ein bisschen komisch aus. Ne. Aber hier ist, glaube ich, zu eng, ne? Ne, das passt nicht. Machen wir jetzt lieber hier so ein bisschen versetzt. Warte. Auch nicht. Ne. Dann doch vielleicht da. Und dieses andere hier so hin. S-Bereich haben wir. Sehr gut. Dann noch einen kleinen Fernsehbereich. Den können wir da vorne hinpacken. Sehr schön. Wie rum ist das richtig jetzt? Ich glaube, so rum ist es richtig, ne? So. Dann hat der Fernseher drauf. Das ist ein bisschen höher. Ist doch schick. Die Frage ist, ja. Warum muss der Rest des Raumes von R sein? Ist das so modern? Ich weiß es nicht. Sieht echt leer aus, aber gut. Wenn das so gewünscht ist, machen wir das so, ne? So, die Rotationsleuchten. Ist das die falschen, oder was? Ach, die waren das. Die haben wir noch so eine. So, aber die Rotationsleuchten zählen nicht. Ah, warte mal. Gegenstand verkaufen. Was ist die hier? Ach, die müssen weg, Leute. Ah, jetzt haben wir es verstanden. Okay. Sehr gut. Das kann man natürlich nicht da hin, ne? Ah, kurz ein bisschen Licht an. Sieht doch schick aus. Oh, jetzt haben wir hier noch eine Option. Das heißt, wir haben jetzt hier noch ein paar Freiheiten. Benutze. Ah, Inspiration. Vielleicht helles Mosaik. Ich brauche das jetzt einfach hier rein. Great. Since you clearly know what you're doing, I'll just let you go on with the job. Ach so. Okay. Jetzt verstehe ich das. Das heißt, wir richten es jetzt erst richtig ein, weil... Ach so. Jetzt verstehe ich das. Ich würde sagen, wir nehmen mal... ...so ein Sofa hier. Sehr gut. Was brauchen wir noch? Vielleicht so backbequeme Sessel. Kleinen schicken Tisch. Und noch ein paar Bilder, ne? Mhm. Skulptur noch. Ich glaube, das war es, ne? Ah, jetzt macht das auch Sinn. Guck mal, jetzt haben wir eine Couch, wir haben einen Tisch. Sehr gut. Ich dachte schon, warum ist das jetzt so leer? Gut, die Stühle, die packen wir mal weg hier. So, das packen wir auch erstmal beiseite. Aber finde ich gut mit diesem Inspirationsmodus. Das ist echt nice gemacht. Das sieht hinten trotzdem so leer aus. So, da ist der Tisch. Kann man die Struktur auch hier auf die... Guck mal, die kann man hier auch auf die Brust umstellen. Sehr schön. So, da kommt hier der S-Bereich. Tint, tint, tint. Oder wir bauen das komplett anders. Stückchen weiter weg. Einmal so ein bisschen zum Sitzen. Genau. Und dann hier noch vielleicht hier so halb schräg, ne? Guck mal. Das sieht doch gut aus. Wobei hier könnten wir nochmal ein bisschen verbessern. Indem man das quasi hier hinten hinsetzt. Und die Stühle hier. Die Mitte ist halt immer noch ein halber Tanzbereich. Aber gut. Sei es drum, ne? Joa. Trotzdem leer. Möchte hier nicht wohnen. Weiß ich nicht. Das ist ein bisschen komisch. Egal. So, weiter geht's hier. Hier brauchen wir helles Mosaik. Also genau das gleiche. Zack. Sehr gut. Helles Mosaik kommt da oben dran. Aber ich würde sagen, der untere Bereich, der passt schon mal soweit. Klar, wir müssen uns natürlich so den Anforderungen unserer Kundschaft richten. Aber ich würde sagen, den nächsten Teil machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder recht herzlich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, wie immer. Gerne ein Däumchen da lassen. Schreibt doch gerne einen Kommentar dazu. Eure Meinung, wie ihr das DLC findet. Und dann sage ich mal bis dahin. Tschö, tschö. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Homa.